hallo liebe zuschauer hier ist der frank schuh von elgert ueva live mit einer analyse im netgas und das schaue ich ihnen oder das zeige ich ihnen sage schon das zeige ich ihnen jetzt mal meinen count hier muss ich zu gewissen tricks greifen weil hier mein netgas chart wenn sie sich anschauen wie weit er zurückgeht dann sehen sie mein chart der stammt hier von fxcm und er hört im januar 2012 auf aber da ist die geschichte von netgas nicht zu ende netgas ging weiter zurück und zwar hier in den bereich 1991 und das heißt also weil ich jetzt dieser diesen kurs nicht habe muss ich mir erst mal diese kurse hier als hilfslinien einzeichnen damit ich hier zu einer vernünftigen werde 2 kommen das heißt ich habe hier die daten für die 1 und für die 0 und für die abc mir anderweitig besorgt und muss jetzt leider auf diese weise halt diesen chart hier machen wir sehen aber hier dass wir im netgas mal hier oben waren bei 15 80 das also hinterm komma kann das ein bisschen abweichen so genau ist das nicht bei circa 15 80 da sind wir mal im jahr 2005 gewesen in diesem bereich das müsste glaube ich auch im oktober gewesen sein wir hatten also hier oben schon eine 1 und dann kam ja das große tief im jahr 2020 und da ist das ganze ding 96,9 prozent runter gekommen hier in dieser großen welle zwar dieses superzyklus ist ja und jetzt schauen wir uns an was ist daher passiert wir haben hier natürlich eindeutig dann eine welle 1 gemacht daraufhin wir können aber jetzt auch schon in den an der wir warten noch in den tagesschatz zu wechseln kann man das große bild noch sehen und diese welle 2 hier die hat auch einen rücklauf gemacht von 95 prozent so also das absolute tief war hier der anfang dieses ganzen schatz bei 1,06 ungefähr und das hier ist dann die welle 2 die auf diese welle 2 gefolgt ist mit 95 prozent rücklauf bei 1 94 jetzt müssen sie hier darauf achten dass die kurse die ich hier habe von fxcm manchmal von anderen kursanbietern doch einigermaßen deutlich abweichen können das kann passieren also da müssen sie halt ein augenmerk drauf haben das mal abgleichen wo lag dieses tief bei ihnen bei welchem kurs wo exakt lag dieses tief bei ihren in ihrem system das müssen sie einfach mal kontrollieren so nun haben wir also hier eine welle 1 gemacht und hier eine welle 2 und jetzt geht es weiter hier mit einer welle 3 die wieder zurückgeht ungefähr da wo wir schon mal damals in der großen welle 1 waren die schon am anfang gezeigt habe in den bereich 15 70 das kann aber auch mehr werden das ist jetzt erstmal nur vorsichtig kalkuliert und das wird natürlich noch eine ganze zeit auf sich warten lassen hier da brauchen sie es nicht darauf zu warten das dauert noch lange deswegen gehen wir ab jetzt dann mal runter in den tageschart und hier ist also das tief was wir ausgebaut haben und hier unten das ist unsere make or break linie das ist das tief der großen welle 2 die hier weiter links erschienen ist im jahr 2020 hier das ist das exakt tief die dürfen wir nicht mehr überschreiten sonst haut die gesamte zählweise nicht hin bei mir ist das 151 75 und sie müssen halt eben schauen was es bei ihnen ist bei ihrem kurs anbieter das ist das tief hier was wir hatten im juni 2020 da müssen sie einen abgleich machen damit wir hier von den gleichen level sprechen und jetzt nachdem wir hier 95 prozent rücklauf gemacht haben sollte es aus meiner sicht wieder weiter nach oben gehen und das müssen wir uns natürlich auch noch mal jetzt hier ein bisschen genauer anschauen dazu blende ich jetzt mal die anderen wellen ein so wir sind jetzt auf dem weg von dieser welle 2 in eine große welle 3 und die große welle 3 die hier oben rechts aus dem bild rausragt die besteht aus dieser welle 123 hoppla hier diesen wissen kurz die vier und dann oben die fünf das hier die 1 im kreis die müssen wir uns jetzt dann mal so anschauen dass wir da reingucken hier die 12345 bildet also diese 1 hier und jetzt können wir uns den rest hier mal wir merken uns die 1 in klammern und gehen mal in den vier stellen schad da ist die 1 in klammern und die bauen wir jetzt aus die hat hier unten auch auf die an dieser an diesem tief an dieser welle 2 angefangen und da sind wir innerhalb dieser welle 1 in der welle 3 unterwegs hier die 3 die wird wohl voraussichtlich ihr ende im bereich 3 30 finden oder 3 33 die 1 hier oben bei etwas über 4 vermutlich und die welle 4 hier die geht natürlich noch mal runter in den bereich 2 80 2 90 und jetzt könnten wir uns das noch im stunden schad ansehen aber eigentlich erkennen wir hier schon alles im vier stunden schad sehr gut also hier unten die welle 2 die 1 fertig die 2 fertig und innerhalb dieser welle 3 sind wir jetzt in dieser fünfer bewegung da sind wir auch in der welle 3 1 2 3 4 5 mit den angaben die sie hier lesen können 304 278 und so weiter und dann selbst in dieser welle 3 sind wir jetzt dabei eine welle 4 hier eine welle 2 fertig zu machen die kann jetzt noch ein kleines stück runter kommen bevor ich dann wieder neues hoch erwarte was über diese 1 hinausgeht das heißt also wenn jetzt ganz kurzfristig jetzt gehe ich doch mal in stunden schad sollten wir ganz ganz kurzfristig jetzt hier ein tief machen was unter diese 2 geht ich mache da meine linie hin dann müssen wir aufpassen dann muss die zählweise hier nochmal überprüft werden intern nicht die große zählweise ja sondern hier intern innerhalb dieser bewegung dann muss die da noch mal kontrolliert werden das ist das kann durchaus passieren die sollte jetzt hier irgendwo zum stillstand kommen oder gekommen sein ich mache die mal hier hin damit man erkennen kann dass dem markt möglicherweise noch ein bisschen was kommt von hier aus sollte es wieder hoch gehen und hier der rest der bewegung so jetzt habe ich ihnen das mal komplett zerpflückt und im detail gezeigt wie sich die ganze bewegung hier im netgas entwickelt hat und gerade gestaltet und ich hoffe dass es ihnen einen mehrwert bietet dass sie damit weiterkommen und meines erachtens sind wir hier also auf dem bullischen fahrt unterwegs und nicht mehr bärisch also warten wir es ab ob es sich bewahrheitet ich danke jedenfalls dass sie zugeschaut haben bitte liken sie dieses video schreiben sie doch gerne einen kommentar und besonders machen sie ein abo denn sonst wird dieser kanal da draußen den leuten einfach nicht angezeigt von youtube danke fürs zuschauen bis dann der frank schuh von elgert weber live